Also, Tim ist jetzt gerade ins Haus gegangen. Ich bringe den jetzt dem Mami als Geschenk. Mal schauen, wie sie reagiert. Ich habe dir ein Geschenk von deinem Sohn. Nein, ich will nichts. Komm, halt mal, Tandu. Ist von deinem Sohn. Es ist krassig. Es ist nicht krassig. Es ist krassig. Gott, ich glaube es nicht. Sie haben sich zusammen verloren. Auf der Bahn? Nein.